Was ist denn da los? Wer ist denn das? Halt, so geht das nicht. Engel Alanael, wo bist du? Ja, Göttin. Kannst du mal bitte erklären, was da auf Erden vor sich geht? Ich hatte selbst keine Zeit und da habe ich gedacht... Und da hast du gedacht, du schickst einfach irgendeinen kleinen Unterengel? Und wer bist du überhaupt? Engel Eugenie in Eure Hoheit. Anwärter im ersten Lehrjahrtausend. Aber nein, den habe ich nicht geschickt. Ich habe Cantanael gefragt. Cantanael? Und ich, ich habe Volatril geschickt. Wir sind auch bereit, und für die Sünder, für die Sünder, für die Sünder, für die Sünder. Und wir haben die Sünder, für die Sünder, für die Sünder, für die Sünder, für die Sünder. Und wir haben die Sünder, für die Sünder, für die Sünder, für die Sünder. Und wir haben die Sünder, für die Sünder, für die Sünder, für die Sünder. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein schönes Chaos, aber leider nicht mehr zu ändern, so schütze sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020